Raksha-Bhandan ist ein indischer Feiertag. Raksha-Bhandan ist insbesondere ein wichtiger Feiertag im Hinduismus. Raksha-Bhandan wird auch bezeichnet als Raki-Purnima, das heißt der Vollmond von Raki und wird manchmal auch einfach Raki genannt. Raksha-Bhandan heißt wörtlich schützende Verbindung. Bandan heißt Verbindung, heißt aber auch Verwandter und Freund. Und Raksha heißt in dem Kontext schützend. Raksha-Bhandan findet an einem Vollmondtag statt, typischerweise meist Anfang August. Raksha-Bhandan ist meistens einen Monat nach Guru-Purnima. Raksha-Bhandan feiert insbesondere die geschwisterliche Verbindung. Bandan heißt eben Verwandtschaft. Raksha-Bhandan bedeutet, dass Frauen und Mädchen ihren Brüdern ein rituell gesegnetes Band, eben Raksha-Oraki genannt, knüpfen und ihnen ans Handgelenk geben. Heutzutage werden diese vorher auf den Hausaltar gelegt und sie drücken schwesterliche Liebe sowie ihren Segen auf sich. Es gibt noch viele andere Formen von Raksha-Bhandan. Es gibt Raksha-Bhandan auch als ein Geschwisterfest, das am zweiten Tag nach Diwali stattfindet. Das ist wie das Bhai-Dutsche Hindi, auch als Bhai oder Bhau-Beach bezeichnet im Marathi. Und so ist Raksha-Bhandan im August oder eben auch als zwei Tage nach Diwali.